Moin, Dicker Mann Filme, der Cora hier. Heute wieder mit Let's Do Was Sinnvolles, Let's Play Left 4 Dead 2. So, da sind wir wieder mit Left 4 Dead 2, auf zum großen Finale. Arschbombe! Yeah! Was hab ich grad gesagt? In der Kettensäge tue ich euch weniger, wie es sind Zombies. Ha! Hab mal vorher, ja, hab mal... Öffnen Sie das Tor! Nein, der Tor wieder zu! Vorsicht, ein Hunter im Umkreis! Ja! 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 Der Smoker wollte hier grade rumnuckeln. Wir fahren Pfeife! Was ist das, ihr Zombie-Fiecher? Urbombe am Start! Die Leute leid! Reit mir Kostbombe! Boom. Volokop! Huch! Ich glaub, jetzt sind alle Viecher so weit... tot! Ich bin kein Charger. Auch wenn ich groß bin und etwas muskulöser bin. Das sind kein muskulöser Schwammel. Passt auf! Nein! Nicht genug! Nein! Einen riesen. Oh, leuchtig. Nein! Ich habe so ein Glück, dass ich gerade so ein Licht runtergesprungen bin. Was ist ja? Wo ist der Teng? Smoker hat mich. Smoker down. Aber wo ist der Teng? I don't care. Jetzt kehre ich. Wo kehrst du denn? Hier vorne. Also ihn, nicht mich. Echt so? Uiiiiiii. Auch mal schon. Ihr sind doch einmal pillend drin. Ja, ich hab doch noch ein bisschen. Ups. Ich muss heilen. Ich bastel mal kurz zusammen hier. Ja. Was am Hunter? Immer fett wieder ankleben. Ja. Ein enger Gang. Voller Zombies. Hinter mir. Ich werde verfolgt von Hockey. Komm rein. Und Hockey haben wir. Ja. Soll ich ne Pipe mal werfen? Modition. Ja. Werf ne Pipe. Achtung. Oh nein! Super Wurf. Wer hat ihr denn das Werfen beigebracht? Super Wurf. Sie ist wieder runtergeholt. Frauen und Werfen. Ah, Dennis. Da ist wohl doch was am Klischee. Hallo, ich bin ein Kerl hier, ja? Ich hab mich nicht. Da bin ich mir bei den Schüttnern nicht so sicher. Ah! Vorsicht. Ich habs gern, nah und persönlich. Fertig! house Luftuar coming. Herz mit dir. Sarek! Nach Achtung, Jesus und ich! Shri Bang, ein Zimmerstein hat gekriegt. Was ist das? Waaah! Pfff! Er kennt Top von oben! Kipp him! Er ist nicht! Das mach ich nicht allein! Das mach ich nicht allein! Das mach ich nicht allein! Waaah! 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 Ich will dir gerade helfen, aber ich hab noch das Ding! Waaah! Waaah! Lauft! Lauft einfach! Ich hab sie alle in die Ecke abgelenkt! Ich finde meinen laufen. Aua! Scede, ich brauche Hilfe! Ich lade Nach! Holger Musim! Waaah! Lade Nach! Lade Nach! Lade Nach! Gehe mal Hilfe! Gut. Gut ist was anderes. Ah ja! Tschüss Darkie! Tschüss, Cora! Tschüss Darkie! Cora ist auch tot, genau wie wir. Mich hat's zuerst zerrissen. Ach so, ja, tschüss Dark. Guck mal an, zu gedenken an. Ich würde es ein furioses Finale nennen. Ja. Ja Rochelle, du hast eigentlich das Überlebende, du hast das Schlusswort jetzt quasi machen. Das war Frauenpower! Nein, wir mussten sie retten. Die kann die Welt wieder bevölkern. Ich würde jetzt mal Rochelle mal das Schlusswort geben, mal so ein bisschen. Ja. Bitte. Ätsch. Okay! Und von wem ist sie jetzt schwanger? Von Nick? Von Piloten. Okay. Ne, Alien. Da, Nahkampfkills, da, bin erster. Oh, zwei da. Das sind Nahkampfkills, wollte ich grad sagen. Erster? Ich steh mit 315, fast ziemlich weit oben! Oh! 2015. Okay. War letztes Jahr. Da hat er wenigstens Verbünde getroffen. Ich muss mal hin betonen, ne? Mhm. Kopfschüsse! Ach, Kopfschüsse! Ich hab ne Kettensäge! 999 Zombies. Und wir hören uns nächstes Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.